Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird wieder Zeit für spannende, gehypte Drogerie-Dupes zu vielen, vielen neuen High-End-Produkten. Wir haben Nars, wir haben Fenty, wir haben Rem Beauty, Two-Faced und viele Filles mehr. Und ich würde vorschlagen, wir hüpfen auch direkt ins Video und fangen direkt an. Zuallererst möchte ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Ihr wisst es, ich habe meine eigene Beauty-Brand, Magiamo Beauty. Und wir haben gerade, beziehungsweise ich habe gerade eine kleine Aktion am Laufen. Dieses Jahr wird viel innerhalb der Marke passieren und es werden viele neue Produkte dazukommen, weswegen wir das Lager so ein bisschen frei machen wollen. Und wir trennen uns, ich trenne mich von den Lashes. Das sind meine absoluten Favorite Lashes. Wir haben 100k und She's Cute handgemacht, vegan und von 14,99 jetzt auf 7,99 reduziert. Und ihr könnt auch alle Codes, die ihr überall findet, benutzen. Nur so als kleine Information, wenn ihr handgemachte, tolle vegane Wimpern haben wollt, dann schaut gerne in meinem Shop vorbei. Ist unten für euch verlinkt. Ich sehe ein bisschen müde aus. Es ist ein bisschen früh. Ich sehe aber schon wieder aus wie die kleine Schneewittchenmaus von der Privatschule vom Ufer gegenüber. Ich habe eine Foundation schon drauf und ich wollte euch ganz kurz so ein bisschen dupe-mäßig dazu abholen. Denn ihr wisst es, die neue, wo ist sie denn jetzt? In Real Life Foundation von Revolution Beauty ist eine sehr, sehr gute Foundation. Die ist ein Dupe zu vielen Foundations, ist mir aufgefallen. Einmal zu der Pro Filter Foundation von Fenty. Die Texturen sind ähnlich. Sie sind ein bisschen dickflüssiger. Das Finish ist ganz besonders. Es sieht semi-matt aus und es sieht auch den ganzen Tag so aus. Also es ist so ein mattierter Look, der aber nicht so leblos aussieht. Es könnte auch ein Dupe zu der Charlotte Tilbury Hollywood Foundation sein. Es könnte auch ein Dupe zu der NARS Soft Radiant Matte Foundation sein. Also ihr merkt es, das ist so ein Multitasker. Und viele von euch haben mir geschrieben, dass sie die Foundation sehr, sehr gerne mögen. Ich muss sagen, ich mag sie auch, gerade die F9, weil die sehr, sehr rosästichig ist. Eine sehr, sehr tolle Foundation. Günstig, gibt es online. Vielleicht gibt es sie sogar mittlerweile in einigen Drogerien. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt, dass das eine Foundation zu vielen beliebten High-End Foundations aus dieser Richtung ist. Ich hatte auch überlegt, ob sie vielleicht ein Dupe zu der Huda Beauty sein kann. Die Huda Beauty ist mir persönlich aber noch ein Stückchen zu matt, damit ich sie hiermit vergleichen kann. Das ist wirklich, wenn du sehr, wie mag sagst, kriegst du das. Das Thema Powder Foundations ist etwas, was dieses Jahr meiner Meinung nach recht stark neu dazugekommen ist. Und ihr kennt mit Sicherheit die Fenty Pro Filter Soft Matte Foundation. Das ist eine sehr, sehr gute Powder Foundation. Für mich persönlich trage ich sie lieber als Puder, als Setting Puder. Auch hierfür gibt es einige Dupes. Es gibt ja die neue von Maybelline. Die persönlich ist mir vom Finish her aber ein bisschen zu matt. Aber Manhattan hat eine ganz, ganz tolle Alternative. Und das ist das Lasting Perfection 2 in 1. Make-up in a Powder. All Day Transfer Proof. Beide Produkte sind selbstverständlich in Puderform. Beide Produkte haben auch ein Schwämmchen drin. Ich glaube, ich habe das aber gar nicht mehr hier drin. Ne, ich habe beide Schwämmchen schon rausgenommen. Und beide haben dieses Soft Matte Finish. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie ihr Powder Foundations benutzen könnt. Entweder natürlich komplett einfach all over the face. Also wie eine Foundation. Das ist dann aber ein sehr, sehr mattes Finish. Oder ihr macht das einfach so wie ich jetzt gleich. Wir tragen es auf der einen Seite Fenty, auf der anderen Seite Max Factor auf. Kleine Empfehlung. Ich arbeite immer erst mit einem losen Puder unter den Augen. Weil ich finde, dass diese gepressten Puder unter den Augen immer sehr, sehr schwer aussehen. Deswegen nehme ich einfach ein loses Puder. Gehe hier einfach mal so ein bisschen lang und habe schon mal den Bereich formatiert. Auf der einen Seite tragen wir Max Factor. Ich liebe dieses Puder sehr. Ich habe das immer dabei, wenn ich unterwegs bin in verschiedenen Farben. Ich habe es in heller, ich habe es in dunkler. Das hier ist jetzt die 05 Ivory. Ihr könnt ein Microfiber Multitools Minis nehmen, dann da reingehen und dann einfach euer Gesicht mattieren. Es mattiert gut. Es beschwert, wie ich finde, nicht. Und vor allen Dingen, wenn man das Make-up danach fixiert mit dem Fixing Spray, habt ihr danach ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ihr seht das. Also es zieht nicht so das ganze Leben aus der Haut und hält wirklich gut. Ganz, ganz große Empfehlung. Auch gerade, wenn ihr lange Arbeitstage habt, lange unterwegs seid und ein sehr vertrauensvolles Finish haben wollt, ist das ein sehr gutes Produkt. Auf der anderen Seite Fenty Beauty. Das ist jetzt in der Farbe 180. Ich nehme einen anderen Microfiber Multitool, gehe hier rein. Das ist ein bisschen pigmentierter, wie ich finde. Aber im Vergleich auf der Haut siehst du keinen Unterschied. Einen negativen Unterschied muss ich euch mitteilen vom Fenty Produkt. Ich finde, das Fenty Produkt oxidiert ganz schön. Also das ist schwierig, ein Puderprodukt zum Oxidieren zu bringen. Fenty hat es geschafft. Was jetzt erstmal nicht so schlimm ist, du musst es halt nur wissen. Wenn ich das alles auf meinem Gesicht habe, siehst du aber so gut wie keinen Unterschied. Und deswegen gehe ich natürlich immer mit den günstigeren Produkten. Ihr kennt mich, ich suche für euch immer die günstigsten Alternativen zu teuren Produkten raus, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind. Ihr könnt natürlich auch solche Produkte als Powderprodukt benutzen und einfach mit einem groben Pinsel rübergehen. Dadurch habt ihr natürlich eine noch leichtere Deckkraft und nehmt nur Schein weg und gebt keine Deckkraft. Wir haben eine Facepalette, ein kleines Tube dazu. Ihr kennt mit Sicherheit alle Nars. Ich liebe Nars. Nars hat tolle Produkte und ist ähnlich wie Hourglass, eine Marke, die es geschafft hat, Licht ganz besonders in Make-up zu bringen. Das ist die Full Dimension Chic Palette. Sehr, sehr schöne Farben, farblich sehr reduziert. Wir haben einen Bronzer, wir haben zwei Blushes und einen Highlighter. Ihr seht sie schon als Alternative dazu von Art Deco, die The Face Palette. Auch die hat einen Bronzer, einen Blush, die sehr, sehr reduziert sind. In der Kamera kommen die Farben jetzt nicht so ähnlich rüber, deswegen tragen wir es einfach mal auf. Auf dieser Seite benutze ich das Produkt von Art Deco. Das ist sehr, sehr pigmentiert. Ich arbeite es auch erst in meiner Hand ein. Und dann tupfe ich das nur ganz leicht hier an meinen Wangenknochen. Und hier an meinen Augen. Das ist ein Ton, der nicht zu warm ist. Der sich sehr, sehr schön in die Haut einblenden lässt. Und ich finde, sehr erwachsen aussieht. Ich bin kein Freund von zu orangenen Bronzern, die sehr, sehr unnatürlich aussehen. Auf der anderen Seite im Vergleich hier von Nars, da ist das Fändchen ein bisschen länglicher. Aber man kann das auch auftragen. Nars hat tolle Produkte, aber ich finde, und das ist das Schöne bei Art Deco, weswegen ich ja auch so glücklich bin, dass es die Produkte jetzt in der Drogerie gibt. Art Deco ist so eine Marke, die für mich schon fast keine Drogerie mehr ist. Nicht nur preislich. Preislich sind die schon echt ein Stück vorne mit dabei. Aber auch die Textur ist sehr besonders. Ich will jetzt die Blushes gerade nicht benutzen, weil ich habe noch ein anderes Blush-Dube. Aber auch hier im Vergleich, hier ist einmal der Nars Blush und hier einmal der von Art Deco. Sind beide sehr, sehr ähnlich. Recht reduziert, sehr natürlich, sehr erwachsen. Große Empfehlung. Genauso wie der Highlighter. Auf der einen Seite benutzen wir den Art Deco Highlighter. Setzen den hier hin. Ein sehr, sehr schöner, goldener Ton. Wir drehen den Pinsel und nehmen den Nars Highlighter und setzen den hier hin. Möchtest du ein neues Familienmitglied haben? Oh Gott. Haben wir dafür Zeit? Ich meine Schmonzen. Wir reden da gleich drüber. Also ihr seht das, auch im Vergleich ist das ziemlich, ziemlich ähnlich. Apropos Blush. Ihr habt es vielleicht bei mir auf Instagram gesehen, dass es aktuell neue Blushes von Too Faced gibt. Too Faced hat die Sweet, ne, Cloud Crush Blurring Blush. Gott, diese Namen. Cloud Crush Blurring Blush Velvet Crush. Wow. Was für ein Name. Blushes rausgebracht. Auch hier ein sehr, sehr schöner, kühler Ton. Auch den trage ich einmal auf für euch. Die sind sehr pigmentiert. Deswegen gehe ich nur ganz vorsichtig rein und trage mir den einfach so ein bisschen hier rüber. Auch der ist farblich so ein bisschen reduziert. Ihr merkt das. Ich liebe Blushes, die ein bisschen, bisschen feiner sind, nicht so laut sind. Das ist mir im Moment ein bisschen zu künstlich. Ich probiere im Moment so ein bisschen frischer auszusehen. Ich habe neulich einen Kommentar bekommen. Oh Gott, da reden wir kurz drüber. Wenn du immer so natürlich aussehen willst, dann lass doch einfach das S-C-H-E-S-Make-up weg. Ich dachte mir so, darum geht es nicht. Auf der anderen Seite L'Oreal Age Perfect in der Farbe Rosewood. Im Vergleich, die Kamera schluckt das natürlich wieder. Der ist leichter pigmentiert, was ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht finde. Ich mache den Pinsel einmal kurz sauber und arbeite mir das dann in den Pinsel ein. Und habe auch hier einen sehr kühlen, reduzierten Ton, der schon fast ins Rosenholz geht. Also beide Töne auf der Haut sehen sich fast ähnlich und haben einen riesengroßen Preisunterschied. Ich mag die Age Perfect Produkte sehr, sehr gerne. Auch wenn ich nicht unbedingt die Zielgruppe für Age Perfect vielleicht bin. Aber ich glaube, dass man da auch nochmal ganz genau hinschauen sollte. Weil, meine Meinung zu diesen Produkten für reifere Haut, die Texturen sind nochmal ein bisschen feiner. Die sind ein bisschen ausgeklügelter. Eine Haut mit 14, top aus. Egal was du drauf machst, da kannst du auch, weiß ich nicht, eine Mehlschwitze ins Gesicht machen und die sieht noch gut aus. Sobald die Haut aber ein bisschen mehr Textur bekommt, braucht sie auch ein anderes Make-up. Und das schafft L'Oreal in dieser Age Perfect 3 sehr, sehr gut. Und genauso wie diesen Foundation Balm, den liebe ich ja auch, weil der so fein auf der Haut aussieht. Also eine gute Alternative zu diesen Too Faced Blushes. Es gibt die in vielen, vielen Farben ein gutes Produkt. Das muss ich immer wiederholen, weil oft kriege ich dann auch von den Marken eine böse E-Mail. So, hä, aber wir haben doch auch ein gutes Produkt. Darum geht es nicht. Alle Produkte, die ich habe, sind gut. Vor allem von dem High-End-Bereich. Sonst hätte ich sie nicht mehr hier, sonst hätte ich sie schon aussortiert. Aber nicht jeder und jede kann 40 Euro, 50 Euro, 60, 70, 80 Euro für eine Palette ausgeben. Und das muss auch absolut nicht sein. Und meine Aufgabe ist es, Alternativen zu zeigen. Was viele aber immer vergessen ist, vielleicht hat euch jetzt diese NAS-Palette so begeistert, dass wir euch lieber die NAS-Palette kaufen. Das ist völlig fein. Kommen wir zu einer sehr, 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 sehr neuen Mascara. Beziehungsweise gleich zwei neuen Mascaren. Fenty Beauty hat die neue Hella Thick Mascara rausgebracht. Und ich habe ein TikTok, glaube ich, dazu gedreht oder ein Reel oder so. Und ich wusste schon, dass das nicht meine Mascara ist. Aber ich zeige euch einfach die Produkte. Das ist eine sehr, sehr langanhaltende Mascara, das muss ich dazu sagen. Das Bürsten ist spitz zulaufend. Was mich persönlich daran stört, ist das Finish. Ich persönlich, ihr kennt mich und meine Vorlieben bezüglich Mascaren mittlerweile ja sehr. Ich möchte eine Mascara haben, die meine eigenen Wimpern nur betont und nicht so dick macht. Es gibt viele, viele Leute, die das sehr, sehr gerne mögen. Also diese richtig saftigen Wimpern, die schon fast so ein bisschen dick aussehen. Ich curl einmal kurz meine Lashes. Und das ist eine Mascara. Die ist sehr, 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 sehr gut, wenn du dieses Finish magst. Aber ihr seht das, schaut mal, das ist eine Schicht und die ist sehr, sehr dick. Die macht nicht so Definition jeder einzelnen Wimpern, sondern du nimmst drei Wimpern, klumpst die zusammen und du hast halt dieses Puppige. So dieses Dicke. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sie schmiert ein bisschen, weil sie halt sehr, sehr dick ist. Ich habe auch eben schon die Mascara abgestreift. Dass es nicht so viel ist, funktioniert nicht immer. Wir lassen das einmal kurz trocknen. Dann auf der anderen Seite von Trended Up aus dem neuen Sortiment. Die Big Lash 7 in 1 Mascara. Das Bürstchen ist ein anderes. Das Finish ist gleich. Das macht auch so diese richtig dicken, klumpigen Wimpern. Was für viele vielleicht schön ist. Für mich ist es das nicht. Ich zeige es euch aber einfach, damit ihr den Unterschied seht. Und beide schmieren. Also das ist halt so ein bisschen das Problem bei diesen Big Dingern. Dass sie so viel Produkt, egal wie viel du abstreifst, die geben so viel Produkt an deine Wimpern, dass du wirklich erstmal eine Minute lang die Augen geschlossen halten solltest. Dass das richtig schön antrocknet. Wenn du dieses klumpige, dieses etwas dickere, sattere magst, sind beide Mascaren wirklich sehr, sehr gut. Fenty hält sogar noch ein Stückchen länger, wie ich finde, als von Trended Up. Und sind beide aber auch nicht wasserfest, sondern nur langanhaltend. Und selbstverständlich habe ich auch noch was für die Lippen mitgebracht. Und zwar sind das Lipöle. Ihr wisst es, ich mag Lippenöle total gerne, weil sie einfach nur so eine Hauchfarbe geben. Bitte keine Color Changing Lip Oils, da kriege ich einen Schreikrampf im Moment. Aber einfach so einen leichten Tint. Wir haben hier einmal von Ram Beauty die Raspberry Drip Lip Oils. Den trage ich einmal oben auf. Der hat ein sehr spannendes Füßchen. Das ist auch ein sehr innovatives Füßchen, wie ich finde. Ist eine Spielerei. Muss gar nicht sein. Und hauche die Lippe in so einen ganz zarten Lippenöl-Touch mit kaum Farbe. Im Gegensatz dazu von Catrice die Powerful Five Glossy Lip Oils. Hat auch Pflege mit drin. Und ich habe den in der Farbe Glowy Pitaya. Ist auch so ein leichtes Rosé. Sehr, sehr zart. Gibt kaum Farbe ab. Und jetzt seht ihr keinen Unterschied mehr. Und du merkst auch, bin ich ehrlich, bei beiden jetzt nicht. Also das ist nichts. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Irrglaube, dass viele immer Öl gleich mit Pflege gleichsetzen. Ist eine gute Sache, wenn man das tut. Aber Öl ist super. Aber Lippenöle haben halt einfach nur dieses leichtpflegende. Aber dieses Finish. Es ist nicht so glossy, nicht so klebrig, sondern sehr, sehr natürlich. Beide haben eine schöne Farbe. Preislich liegen die natürlich bei weitem auseinander. Und das, Freunde, waren meine aktuellen, brandneuen, heißen Druckgerät-Jups. Ich bin gespannt, welche ihr gefunden habt in den letzten Wochen. Schreibt sie mir unbedingt gerne in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf.